Ein Mann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bei frischen roten Wangen kann man wohl leichte glühen, doch lässt man sie verblühen. Verblüht auch das Verlangen, ja, ja, auch das Verlangen, durch Eintracht nur der Herzen kann man zufrieden sein, zufrieden sein. Mit Ernst ist's nicht zu scherzen, drum rat ich euch, sagt nein, sagt nein, mit Ernst ist's nicht zu scherzen, drum rat ich euch, sagt nein. Das heißt, in seiner Verstattung, sie will ich niemand rein, sie scheint, sie scheint, sie scheint mich zu scherzen. Dann sag ich nicht nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein.